Und dann kommt meine Kritik an der Automobilindustrie. Wenn man den Eindruck erweckt, man produziert nur teure Autos oder Luxusautos, dann schreckt man ab. Und ich meine, Mercedes und Porsche können sich schon leisten, dass sie relativ teure Autos verkaufen, weil die haben ein bestimmtes Segment, eine bestimmte Zielgruppe. Aber Mercedes hat früher halt auch Einstiegsmodelle gehabt, die bezahlbar waren. Und das halte ich für gefährlich, wenn man keine bezahlbaren Einstiegsmodelle hat für die Marke Mercedes. Aber eigentlich ist meine Kritik gegenüber allen Autoherstellern, dass sie es versäumt haben, preiswerte, also für normale Menschen, die nicht das halbe Vermögen für ein Auto ausgeben wollen, ein bezahlbares Auto auf den Markt zu bringen. Und die ersten einigermaßen bezahlbaren Autos kommen nicht aus deutschen Werkstätten, sondern eher aus chinesischen.